Das ist schlecht, weil weniger will ich eigentlich nicht haben. Geh kaputt! Geh kaputt! Gib mir mehr Setzlinge! Das ist einer. Woo! Warte ich immer schon mal... Ach, das muss ja hier gemacht... Ne, das muss ja aufgeschaltet werden, nicht weggemacht werden. Aufgeschüttet muss werden, aber momentan stirbt es. Sorry, dann ist ihm nicht weg. Später kann ich das mal wieder dran machen. den Tod im Turm 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 und dort im Baunt beim Bambam Bar Abbao Abbao Bernds Abbao Z.B. ok ich lasse es bleiben ja so jetzt machen wir erst mal ja ich hab doch hier blut und ich habe auch noch hier so dann ziehen wir uns das mal wirklich mit dem holz immer einfach das haus so 4 4 dann wird die nächste schwelle ja hier sein das wollte ich nicht die wird hier sein hallo na du sehr schneller als sonst hallo das hat keiner gesehen nein ich habe nicht aus der schwein gekillt in meinem überwarnmut 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 so und hier kommt dann du nervst so boing boing und boing und du solltest eigentlich ne noch eine genau und dann kommt hier noch dings und da kommt noch einer hin einer noch stopp du unhold ja kommt ruhig in 5000er masse hier an passt schon so wenn ich mal am bogen vorbeikommt wird es schwer mit dem schwert wo ich sogar glaube dass mein bogen mehr schaden macht als mein schwert so ich überlege gerade wie wir das jetzt hier unten machen soll ja doch schon ein bisschen ein bisschen stil behalten also gar nicht ob das sieht so gut aus wie das holz das ist natürlich noch in der original textur das holz das darf man jetzt nicht vergessen so und das haus soll auch gar nicht so hoch werden es soll eher breit werden und breit gesagt was ja drei schläge gebraucht was ist das für ein super zombie gewesen m auch mega zombie mega zombie absolut zombie ja zombie 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 yeah Xiaomi sus 번 wie Blubi, ich lass es bleiben. Ja, nee, ich lass das Sprechen halt lassen. Ich bleiben, ich... Seht ihr das? Hört ihr das? Merkt ihr das? Ich glaube nur Scheiße. Das ist sogar noch geklirrt. Geschüttelt, ich gucke. Hier ist so viel Bock auf so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es gerade alles gleichzeitig ansprayt. Ich hab Bock auf Edna, ich hab Bock auf Ascension Greed. Ich hab grad Bock auf Minecraft, das nehm ich auch dann auf. Ich hebe mal doch alles auf. So... Mach's erst mal so. Aber es könnte sein, dass ich das vielleicht sogar alles abreiße wieder hier. Also nicht komplett, aber dass ich das aus Glas mache. Am Endeffekt mit großen Glasfenstern. Da geht grad mal ein Handy los. Na, einen kleinen Moment. Ja, das hat tatsächlich gehört. Nein. So... Hoffentlich krieg ich deswegen jetzt kein Problem damit. Geh mal und so ein Zeug. Das kann ich auch, mein Kollege hier. Damit du's weißt. Ich mit mir, Freundin. So. Dann hier noch... Einmal komplett durch. Vorerst natürlich. Alles vorerst. Wird alles noch verändert. Ihr kennt das ja bei mir. Erst alles hinbauen. Und dann alles verändern. Das Schöne daran ist... Man kann nie sagen, es ist schlecht. Ich kann aber auch im Endeffekt sagen... Ja, ich will's ja noch verändern. Irgendwann. In fünf oder folgen. Und so schiebt sich dann alles... Leise, langsam vor sich hin. Und wird nie fertig. Ich glaube, ich habe alles sogar stimmt. So. Ja, also da muss ich auf jeden Fall... die Honeyball mal drüber... mit dem texture pack... Dings. Also... Das gefällt mir noch nicht ganz so gut, wie es eigentlich soll. Das sieht ein bisschen mehr steinmäßig aus. Hätte ich gehofft, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht, als ich... das erhofft habe. Aber... Naja, nee. Neu heißt halt nicht immer gleich besser, ne? Ganz ehrlich... Mojang... Was soll denn das bitte für ein Holz sein? Also... Schwarzholz-Holz ist ja schön und gut, aber es sieht nicht mal nach Holz aus. Also... Da muss man vielleicht so ein bisschen mehr Mühe geben. So... Ich... Mal die oberste Reihe noch zu, was ich eigentlich nicht wollte, aber mal schauen. So... Jetzt sind wir mittlerweile geschützt von Creepern und so'n Zeugs. Weil die sehen uns ja gar nicht mehr. Durch die Mauern. Durch die hohen Mauern... Dahinter sie lauern... Sich kauern... Sich kauern... Und darauf warten... So... Jetzt gucken wir mal was mal aus. Ja... Also ich würde... Ja... Siehste... Ich versuch's ja nicht jetzt mit Stein wegzumachen. Ich würde hier und hier ein Fenster reinzumachen. Die sollen wirklich bis zum Boden gehen, die ins Fenster, weil das ist ja ein Gewächshaus. Ich würde auch hier ein Fenster reinzumachen. Dann würde ich hier ein Fenster reinzumachen. Und hier ein Fenster reinzumachen. Und das Fenster ist verbunden mit... Einer Tür. Hier würde ich sogar komplett offen lassen, so. So... Auch hier ist einmal die Tür. Ja... Blups... Dann ja, dann kann ich das genauso hier machen. Dann sieht es wenigstens einheitlich aus. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehmen will, ist nicht schon. Ich hab's nicht begonnen. Ist ja auch... Scheiß drauf. Schokolade drauf wollte ich natürlich sagen. Schokolade. Ja... So... Dann machen wir hier natürlich noch ein Fenster. Dann kommt da noch ein Fenster rein. Ja... Es passt ja auch. Da gemacht sich kein Fenster jetzt rein. Hier haben wir jetzt hier das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verhältnis. Schön, dass es überall passt. Gerade so. So... Hier haben wir wieder das... Hier haben wir wieder das 6 Verhältnis. Ja, schon klar. Haha, lustig und so. Witzig, weißt du. Und dann haben wir hier... Wir haben... Ach ne, ich bringe jetzt nicht noch mal. Das ist... Muss ich übertreiben. So. Äh... Das ist etwas seltsam hier. Würde ich lieber hier... die 3er Spalte lassen. Genau. So. Jetzt brauche ich Glas. Aber ohne Ende. Glas... Glas... Wer braucht kein Glas... Äh... Aber Glas... Das Inventar ist schon wieder voll. Das glaubste echt nicht, ey. Du hast gerade angefangen mit Spielen. Hast ja Inventar leer gemacht in der Kiste. Weißig, ich bin ein Spiele im Winter voll. Hab ich ruhig die Rohstoffe ständig hernehmen für sowas. So... Hier drunter machen wir dann... Hier drunter mache ich schwarze Wolle. So... Bam bam... Bam bam... Bam bam bam... Bam bam bam... Bam bam bam... Sieht doch nicht schlecht aus... Momentan... Na ja, gut... Eigentlich, als wenn ich mich jetzt genau mal sehe... Dann sieht es ziemlich scheiße aus. So... Und hier hätte ich mir das dann jetzt so gedacht... Da in das Gebäude selbst, der eh kein Creeper reinkommt... Also in die Anlage an sich und so... Hätte ich mir das einfach so offen gelassen hier so. So war das jetzt geplant. Auch hier... Moment... Hätte ich mir einfach alle Wege offen gelassen. Dann würde ich hier noch eine Etage wegnehmen. So... Und hier würde es dann hoch gehen. Jetzt kann man dann auch... Habe ich noch ein paar... Ah... Yeah... Habe ich noch. Hier... Jetzt kann man dann zum Beispiel auch die Haufsnaps nehmen. Dann passt das nämlich schon mal gar nicht mehr. Muss ich sogar noch weiter vorne anfangen. So... Fertig. Wunderschön. Jetzt kann ich... Jetzt brauche ich schwarze Schafe. Schwarze Schafe. Kommt zu mir. Papa will euch scheren. Ihr... Schwarze Schafe. Kommt zu mir. Ich bin der Papa. Ich will euch scheren. Du sollt uns... Vermehren... Vermehren... Komm... Wolle... Verzehren... Verzehren? Keine Ahnung. dann sind ein schaf und braucht es tut mir sehr leid die bevölkerung der hessige schafgesellschaft das war nicht mein plan und dann kann ich noch ein bisschen scharfe scherl das ein schwarzes genau die volle volle farbe wollte ich die volle farbe